meine leute und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video und ich habe noch ein meister stück dabei und währenddessen hört hier eine entspannende musik die ich jetzt ausstellen werde was ist das ist der größte schmutz ich sag's euch anwenden anwenden wir haben hier schon mal ein bisschen gespielt wir hatten gerade so viel spaß dass wir uns dachten wir schmeißen jetzt die aufnahme an wir sind unternehmen die ist wie 21 und wir müssen jetzt noch 75 leute transportieren und dann schalten wir den nördlichen bezirk und wir kriegen 40.000 deswegen beginne ich schon mal eine kooperationsfahrt so die nachfrage nach verkehrs mit danke für nicht ich darf das nicht lesen offensichtlich ich denke mal ihr kennt alle busse monate wir haben nicht die 21er version weil wohl doch ist schon teuer aber wir wir können auch was mit alten spielen anfangen wir können die lustig gestalten ja wir haben uns einfach gegenseitig gerannt und uns totgelacht aber so zum beispiel der wird sich verarschen guck mal hier liegt doch vor der letzten fahrt eine straßenschild siehst du das sieht man das du hast die map zerstört du hast zwei fußganger angefahren wegen dir du bist schuld mach dich raus hier einsteigen los soldaten rein ja weil ich gas gegeben habe vorsichtshalber alles flach fixer hier nicht bleiben nein nicht ruhig bleiben so einsteigen kameraden rein nach der aufnahme bringe ich den der macht uns die schulden leute zeigt ihn an ich bringe uns ihr das geld in die kasse als einziger oh mein gott oh mein gott nein warum bleibt er mitten auf der kreuzung stehen nein ich fahr dem jetzt so rein leute du kannst dich nicht davor drücken ich kann mich nicht davor drücken du wirst es auch nicht haben sie einen an der waffe ja hab ich wer das hier sagt der wird gleich überfahren ist so wir überfahren gleich alle paar sachen du hängst da fällig ich glaube ich muss mein bus zurück sehen hier ist stau aus weg raus schon mal vor dem busfahrer schreit so mit dir rum so morgens fährst du ganz entspannt zur schule raus hier ich stehe jetzt irgendwo im park ich habe mich dann ich habe schon ab jetzt im park geparkt jetzt bin ich gespannt jünger jetzt haben wir einmal getrennt ist jetzt ist jetzt wie in der echten schule wir wurden auseinandergesetzt ich will kein fisch ja ich habe einen an der waffel ha 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 oh mein gott es geht nicht mein bus geht nicht auf ich starte das jetzt hier russ zurück setzen so jetzt komme ich dich zu suchen oh nein wurdest du gerade geblitzt ich glaube ja ich habe es gehört obwohl du einfach einen kilometer weg bist so leute wir haben jetzt eine firma namens lol gegründet im sandbox modus und ich hoffe ihr wisst was das bedeutet ja vor allem ich weiß das denn ich kann mich auswählen chaos genau so leute jetzt geht's ab so meine damen und herren einsteigen bitte ich sag's dir der bus hat noch einen viel längeren bremsweg by the way weil gelenkbus so ich mache schon mal die außen kamera an ich glaube das könnte jetzt etwas interessant werden was machst du mit meinem bus du hast alles kaputt gemacht ich suche jetzt erstmal hier die klopfe des fahr jetzt fahr fahr danke ich kann nichts machen dank dir jetzt kann ich dich ramm du elendiger wichser gib gas gib gas was ist denn mit ihm los das siehst du erst wenn du an mir vorbeikommst ich befreie dich oh nein ah du hast mich wirklich befreit ich hab die ganzen chillen kaputt gemacht ich kann nicht fahren jetzt steht der scheiß autofahrer im weg ramm den mal weg nicht mich können die fahrgäste mal kurz ihre fresse halten wir haben gerade eine notsituation das war warum wurde ich jetzt der bus zurück gesetzt ich denk mal schon so hey warum bist du zisipiert verlassen sie die alte stelle ich hab jemanden vergessen schlechte alte position ja du bist schlecht ich hab jemanden ich hab jemanden hast du mal gesehen wie schnell ich fahre 80 ja halt schnauzen jetzt fahr doch du affe wer hat ihnen eigentlich den führerschein gegeben meine mutter hat ihn gegeben boah ich werd hier überall noch die ich fahr die ganze Zeit Laternen um ich bin ein bisschen spazieren ha ha du musst mich jetzt finden hallo das ist meine einbahnstraße verpissen sie sich bitte raus raus da kommt der leute da kommt er ich seh ihn schon ich seh ihn schon ich seh ihn schon ich seh ihn schon oh mein gawd aaaaaaaah ach warte ich rein aaaaaah also ich guck jetzt mal mein gelenk an ne also also ich hm ja gut hahaha guck mal mein gelenk auf der einen seite ist ja noch normales ne aber sieh attentäter Komm mal, wir fahren jetzt mal eine Runde. Wir fahren jetzt eine Runde spazieren. Wir lassen den Bus einfach weg. Der ist eh kaputt. Ich gehe mit dem Passagier ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube, wir machen einfach mal so eine Spazierung fest. Hier wird jetzt alles verriegelt. Niemand kommt mehr raus. Leute, wollt ihr, dass wir uns irgendwann den Bus in der Mitte 21 holen? Schreibt es in die Kommentare. Ich fahre hier lang. Ich weiß ja, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Sagt es ja einfach. Junge, ich fahre hier mit 74 durch. Junge, was ist mit deinem Gelenk los? Warte, halt du mal an und stopp mal. Und steig mal aus. Also aus deinem Fahrerstand. Kann ich dann auch fahren? Das wäre geil. Du musst erst vollkommen anhalten. Jo, das geht. Jetzt kann ich fahren. Dann fahr mich mal bitte. Ja, ich fahre. Wir machen das jetzt. Das wird nur so lange. Lalalalalala. Oh Gott, hier ist einer reingefahren. Sag mal, geht's noch? Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ja, mach die Tür auf. So. Du Hure. Wie ist das denn jetzt passiert? Das geht ab, ey. Guck mal, ich bin mit der Zaun. Ich komm hier nicht raus. Warte, ich setze jetzt den Bus zurück. Ich komme jetzt zu dir. Ich hole dich jetzt ab. Ja, das geht jetzt bei dir auch. Hier fährt keiner weg. Ich schiebe die alle mal ein bisschen an. Okay, ich komme mal zu dir an die Tür. Das könnte ein bisschen ruckeln. Keine Sorge, wir schaffen das. Ich versuche jetzt irgendwo anders zu wenden. Bleib da. Bleib da. Ich hole dich ab. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich fahre erstmal noch nach Afrika und dann fahre ich wieder zurück zu dir. Oh, guck mal, wie du angefangen kommst. Der Wiener ist auf. Oh, Moment. Komm, wir fahren ein bisschen spazieren. Ach, schnappen. Nein. Ciao. Ich komme zu dir. Ich muss dich wieder abholen. Oh nein, ich hänge wieder fest. Nein. Steigen sie ein. Wir fahren jetzt nochmal spazieren. Wir machen jetzt eine andere Wanderungstour. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Berge wandern. Nein. Ist hier eine unsichtbare Barriere? Nein. Okay, dann darfst du spazieren fahren. So, jetzt sind alle entsperrt. Jetzt fahr. Und wir zurück setzen, stimmt. Warte, lass mich noch raus. Ich hab schon voll gelassen. Hä? Ich bin aber noch im Bus drin. Ich stehe jetzt zwei. Bei mir stehen zwei hier. Lol. Ich glaube, wir haben das game geflischt. Aber vollkommen, Junge. Wir fangen aber mit deinem mit. Sie haben eine Fahrt. So. Das juckt mich ein Scheiß, ob ich deine Fahrt. Auch dieser Bus backt so rum, ne? Ei. Ach, du Scheiße. Ich bin rausgeflogen. Okay. Setz nochmal zurück. Ich glaub, der Bus backt sonst nur durchgehend. Nee, der Bus geht überhaupt nicht. Guck dir, dass man wieder wackelt. Weil ich setze mich mal in D rennen und setze ihn zurück. Und dann steckst du wieder ein. Nee, ich back wieder. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hilfe! Ich bin in der Matrix gefangen. Komm her, du weg. Digga, der hebt so ab bei mir. Zu den Halsschnellen, den ich hier. Alter! Hilfe! Ich will hier raus! Ich geh jetzt wandern. Ich überfahre sie jetzt. Ja! Ja! Wir haben jetzt Spiel und Spaß. Wie viel, wie schnell fang ich dir? Äh, 84. Mein Bus steht da nicht mehr. Und pass auf! Ja! Ja! Ich bin jetzt vollzogen. Du bist jetzt mein Opfer. Ich bring dich um. Ich bring dich um. So, Leute. Dieser Bus müsste, glaube ich, ganz anders aussehen eigentlich. Ich würde sagen, das war's von diesem sehr lustigen Video. Wenn ihr euch einen zweiten Teil wünscht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn wir den 21er, also die neuere Version von diesem Simulator spielen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich denke mal, wir werden schon einen zweiten Part trainieren. Dieser war sehr lustig. Und ich würde sagen, ciao, ciao! Woohoo! Bis zum nächsten Mal.